Was? Du bandagierst meine Titten? Nein, du sollst... Hast du noch welche? Ich hab noch eine, ja. Meine Titte. Jetzt hörst du auf die Leute anzuschießen, wenn sie sich am heilen sind? Ja, ich hab doch hier... Au! Au! Noch mehr Sprengmoni. Ach, das ist ja... Sprengmoni, du Horst! Welche Waffe nehmen wir denn? Wunder mich schon, dass ich mir selber so eine reinhau. Was ist denn das hier? Ach, das ist die... Hier, die Dingsbums. Sag schon. Die hässliche. Mist, die ist doof. Nee. Hm. Und was bist du für eine? Die gleiche. Gut. Da ist noch eine... Hold up! Hold up! Hold up! Hold up! Ist die andere Waffe weg? Nein. Hä? Wieso ist das die gleiche Waffe? Ah, fuck it. So, gut. Äh, hier kann man... Sie haben Brandmunition genommen. Was? Alert? Jetzt geht hier die Tür auf. Ich hab Angst, Bambi, ich will weg! Alert. 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 Man kann die Kisten kaputt machen. Ah, hier geht's durch. Ja, jetzt mach auf! Hier ist die scheiß Tür. Nee, hier ist ein Schacht. Aber ich komm nicht hier durch. Ich komm nicht durch. Oh oh, ich glaub das explodiert jetzt gleich alles. Was? Oh oh, da kommt sie ja hinter dir. Hinter dir? Oh. Die Ärzte kommen. So. Sonst noch irgendwas? Die sind ja wahrscheinlich alle hinter der Blaster. Ja, da kommt gleich eine Horde raus. Oh ja. Da kommt schon ein bisschen was. Oh. Äh, ich hab'n Molly. Feuer! Schießt, wenn ihr das Weiße in ihren Augen seht. Also quasi immer. Oh oh. Der Brenner. Ihh, Spucker ist auch irgendwo. Nee, Charger unten ist besser. So. Fuck, die kommen echt von überall. Ich geh mal in die Ecke. Wieder so'n Eckenhocker. Los, du! Wir müssen, glaub ich, hier durch, oder? Ja, ja, get to the elevator, alles klar. I'm sorry, not sorry. So, ich glaub das ist der Elevator hier. Auf der nicht drauf steht. Kann das? Nee, egal. Drück mal drauf für den Knopf. Lass Hure da, lass Hure da! Drück! Drück den Knopf! Oh mein, das ist aber sehr geil gemacht. Was zum? Kannst du dich nicht mehr bewegen? Nee. Ah, jetzt bist du drauf. Jetzt bist du drauf. Aber es ist sehr cool gemacht wieder mal. Es ist sehr, sehr faszinierend, was man über diese Engine noch alles machen kann. Editor-technisch, du kennst? Ja. Mal gucken, die Source Engine 2 haben sie ja schon ein paar Sachen vorhin gesagt. Die wird ja umsonst. Ja, echt? Ja, echt? Vor allem geht das richtig schnell. Nein, nein, nein. Das muss so. Die Source Engine 2 werden sie umsonst veröffentlichen. Ich weiß, hab ich gelesen. Aber du hast halt die... Ah, hast du auch bei Steam-Gamer wahrscheinlich gelesen, ne? Ja, ja. Und das geil mit der Pflicht von wegen den Mustern aber auch auf Steam veröffentlichen. So, okay. Das ist wieder ein Werbemaker. 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 Win, win. Wenn Titanfall 2 rauskommt. Oh, wo ist er denn? Ach, da. Ja. Uff, Hurey. Ich quod'n Schwarzer. Ich quod'n Schwarzer. Oh, Scheiße. So, oh, der Kopf ist schön geplatzt gerade. Hervorragend. Wuuu. Aber ich glaube, auf Normal ist doch zu leicht, ne? Oh, ne Desert Eagle. Ja, aber fortgeschritten war zu schwer. Ist doch voll imbalanced. Hier liegt noch ne Feuerwehr-Axt. Ja, ich hab' gerade die Desert Eagle gepläuert. Ja, ich hab' gerade die Desert Eagle gepläuert. Ja, ich hab' gerade die Desert Eagle gepläuert. Wie? Ask a question. Ich nehm' lieber... Ask me a question. Oh, da ist wieder Brandmunition. Wie, äh, vorteilhaft. Ich leg's immer hin. Ja, das hab' ich hin hingelegt, Mann. Ja, schön Brandmunition für meine Axt. Das find' ich gut. Die brennt jetzt. Ja, wenn's so wäre, ne? Was ist das hier? Teleporter? Teleporter. Oh, 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 oh. Wo ist er? Hinter uns. Ja, klau mir halt den Kill, du blöder Sack. Ja, mach' ich auch. Du frackst Stealer hier. Aua. Ja, hier geht's runter. Ich weiß nicht, was ich hier machen kann, aber es ist, äh... War so ein bisschen angekropft worden. Nicht schön hier. Hm. Ich hab' gerade mit einem Boomer gekuschelt. Ihr könnt' gerne runterkommen. So, irgendwie. Ich hab' noch ne Axt. Äh, ne, ne, Snipergewehr. Ich hab' noch eine. Wo seid ihr jetzt? Ja, wo seid ihr jetzt? Komm mal runter hier. Sie ruft sogar. Was halt, wann macht sie das denn? Boah. Creepy. Immer weiter runter. Da kommt ein großer Lasergang, oder? Ja, ich hoffe. Ihr müsst' den Keypad, um die Tür zu öffnen. Hey, der Schaffer ist hier. Ja, der Schaffer schnitten wird. Jep. Ehehehehe. Ehehehehe. Finde ich unter dem Aspekt gut, dass Mike vorrennt. Ja. Nur eben, geh mal vor. Mike? Ehehehehe. Ein oder zwei Zombies. Alle in vertrauenswürdigen Klamotten. Und nen Charger. Charger? Ja. Danke. Oh, kacke. Ich... Den Raum kennt man doch auch. Nein. Sind hier nicht jede Menge lustige Viecher drinne? Sie sind nur so sie schon drin. Frau Soldaten. Nein, ich mein, jetzt sind die komischen Containern hier. Boomer, Boomer. Oder was? Endboomer ist. Ach, hier jetzt mit der Axt. Ja, ich hab auch nicht alle gesehen. Bekenne mich als... als... nicht Resident Evil Spieler. Entschuldig. Spieler? Sowieso nicht. Film. So. Ich spreche nur von den Filmen die ganze Zeit. Also die Spiele hab ich... einen einzigen gespielt bis jetzt. Uh, zwei Köpfe backtrack. Doch, doch. Den... halt den... Fünfer glaub ich, ne? Der auch für PC release war. Ja, genau. Ich glaub, das war da immer der... mit der Afrika-Geschichte glaub ich, ne? Der Fuse. Mit der... Genau, genau. Den hab ich auch gespielt. Im Koop sogar. Hinter dir ist noch ein... äh, Zombie. Was ist Bitch? Wo ist eine Bitch? Ich versuch gerade... Ich versuch gerade... die Köpfe des, äh... Abends zu... kriegen. Die bin ich mir dann um die Ohren. Wartel, arbeiten die schon wieder? Lass mal raus hier. Glantelwasser hat die Molte aufgewiegelt. Deine Morte hat die Molte aufgewiegelt. Das glaub ich nicht, Tim. Ach, deswegen liegen diese schönen Flaschen hier im Weg rum. Ich glaub, die kommen von rechts. Ja, sie kommt von rechts. Ja, sie kommt von rechts. YouTube Strike incoming. So. Hab ich eigentlich auch was zu werfen? Den hab ich nicht. Dann bist du nicht aufgehoben. Ich hab auch noch was zu werfen, nur falls. Benutzen Sie Verbandszeug? Äh, nö. Es ist noch Suppe da. Splitter, Splitter? Hier gibt's im Übrigen noch, äh... Brand Muni. Ich stell's mal. Den hab ich mal kurz erschlagen. Der kam auf uns zu. Uh, Boom Baby. Woop, woop, woop. Wo kommt der her? Woop, woop, woop. Wo kommt der her? Woop, woop, woop. Woop, woop. Woop, woop. Da kommen ganz viele. Oh, da kommen echt ganz viele. Brennt, ihr Schweinchen. Es brennt. Na, tanzt für mich. Tanzt. Oh, Entschuldigung. Ich blieb's ja gar kein Zombie. Obwohl du einen Bart hast. Müssen wir hier vielleicht irgendwann raus? Oder... Keine Ahnung. Aber die Tür war auf der anderen Seite. Gucken wir mal. Ich würde ja gerne vorbei, aber irgendwie ist ein Zombies im Weg. Ich guck mal gerade. Ja, die Tür ist offen. Ja, denn. Äh... Gehen wir mal rein hier. Da rein hier. Da ist eine Tür. Die geht dicht auf. Und dann muss ich den Knopf hier drücken. Und dann geht ein Dings auf. Okay. Röhren. Wir schauen in die Röhre. Und nur ganz kurz mich ein bisschen verbinden hier. Damit ich meine... schönen, dicken... ... Augen... ... wieder... ... benutzen kann. Grab sie IMP. Grab sie Impel. Hey, cool. Äh... Passwort-Code-Search 12177. Bill. Vielleicht ist es Zeit, um sich zu heilen. Hä? Oh. Hm. Oha, ich hacke. Ach, das ist der Raum mit den Lasern hier, glaube ich. Guck mal rein. So sieht das Zahl damals aus zumindest. Ja, das ist er. Hm. Und da müssen wir durch. Mike! Du bist freiwillig gemeldet. Alles klar. Chat-Mater. So, du hast gehackt. Tür geht auf. Und ja, das ist er tatsächlich. Haha. Schnell durch hier. Viel Spaß. Nein, ich komm nicht durch. Nein, zurück, zurück. Nein! No-Aim ist dabei! Nein! Nein! Nein, wir wollen nicht. Ich versteck mich noch No-Aim. Wenn No-Aim tot ist. Häcke, Häcke, Häcke. Häcke, Häcke. Die lag irgendwo rum. Da kommt er. Ducken, ducken, ducken. Kommt das eigentlich aus der beiden Richtung in der Mauer oder nur aus einer Richtung? Ich weiß es nicht. Ah! Spring! Ah! 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 Ja, geil! Wir müssen die Prost machen. Wir müssen die Prost machen. Überleben! Ah! Dann holt uns mal raus hier. Einer! Nicht beide! Einer! Wir können euch gar nicht wiederbeleben. Ja, wir sind tot! Ihr müsst uns dann dementsprechend immerhin holen. Wir konnten aber durch. Also, ihr habt euch gerade für uns geopfert. Großart. War richtig geil gemacht. Erstes Resident Evil. Richtig gut. Das Einzige Gute. Der Rest war so Schrott. Ich weiß gar nicht mehr, was das hier ist. Der Kern oder was der Commuter-Kern? Ja, EMP und so. Genau. Ich bastel jetzt hier EMP 1, 2, 3 dran. 1, 2, 3. Ich weiß es nicht. Jetzt wurde er rebootiert. Super viel Arbeit. Wir werden alle hier unten sterben. Oh, oh! Ah! Das hab ich schon gerückt. Erstmal Lampe anmachen. Kleine Mädchen, die mit euch sprechen. Ist nicht so ne gute Idee, ne? Ah! Alma ist meine Freundin. Hm. Das ist aber nicht Eimer. Du bist auch so... Du bist auch so ein Eimer. Ich finde das cool. Hooray hat bei mir einen extra Skin bekommen. Von so einem... Afroamerikaner. Das sieht so geil aus. Die alten. Genau. Achso. Willst du dich nochmal verbinden? Dirk? Ja. Kann ich vielleicht mal machen. Bevor wir hier aufmachen. Oh! Come on! Do it! Vor allem haben wir ja vor der Tür auch ein paar Dienste liegen lassen, ne? Daffen und so. Aber die kriegt er jetzt eh nicht mehr. Ne, die Tür ist aber zu. Wie kommt denn da raus hier überhaupt? Open the hatch. Ah jetzt. Ah! Oh cool. Da unten ist ein Jockey. Lassen wir die erstmal hochkommen, oder? Schmeiß doch irgendwas runter. Habt ihr noch was zu schmeißen? Ne. Doch was zum Hypebomb, genau. Dürfen wir. Hooray. Ist doch die Gratismunition. Ja. Oh ja. Hör auf. Hör auf. Das ist eine Weich. Oh. Leise, Safter. Gerade noch die dicke Kanade runterlaufen. Kein Problem. Ne, ne. Schreckt die nicht auf. Uh. Da gibts Leichen. Ganz viele. Da landet man schön weich drauf. So. Ja. Ganz, ganz cool um die Ecke gekocht. Wo ist sie? Nein, ich sehe einen Safe Room. Kommst du? Hey, dann leben wir gleich wieder. Ja, ja, ja. Das war ein bisschen näher, als ich es liebte. Aber immerhin, hey. 127. Ja. Mit der Axt. Im Walde. Ich muss sagen, das Level haben wir gerulort. Ja.